Hallo liebe UV-Freunde, herzlich willkommen in der Druckerei der Oldenburgischen Volkszeitung. Kommt mit! Hier im Hintergrund seht ihr unsere Zeitungsdruckmaschine, eine Klauber ColorStar mit 32 Seiten Umfang. Hier drucken wir für jeden Werktag ca. 22.000 Exemplare der Oldenburgischen Volkszeitung und zum Wochenende gut 57.000 Zeitungen der Ausgabe UV am Sonntag. Von hier aus steuern wir die komplette Maschine. Wir produzieren im Durchschnitt wie 24.000 Exemplaren pro Stunde. Von hier oben haben wir einen wunderbaren Blick auf unser Papierlager. Wir verarbeiten im Monat ca. 120 Papierrollen. Daraus produzieren wir 1,6 Millionen Tageszeitung. Im Namen der Oldenburgischen Volkszeitung wünsche ich euch allen fröhliche Weihnachten und ein guten Start ins neue Jahr.